Da unten einer mit einem weißen T-Shirt ist auch noch. Ein Kind mit einem weißen T-Shirt. Tränen? Tränen sowieso? Achtung, wir drehen und bitte los! Na, Ton haben wir hier oben. Ready und action! Ja, Kamera läuft! Kamera läuft. Szene 100. Entschuldigung, Szene Nr. 4. Und bitte los! Achtung, wir drehen. Szene Nr. 4. Zene Nr. 5. Szene Nr. 5. Szene Nr. 4. Zene Nr. 5. Zene Nr. 5. Zene Nr. 5. Alle! Zene Nr. 5. Von der Kamera. Tja, seine Bedrohung gehört vom Krampus über das Knie gelegt und düchtig versorgen. So was habe ich wirklich nicht nötig. So was habe ich wirklich nicht nötig.